Video-Programm Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit darauf zu achten, dass Sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Weitere Informationen zum Thema Video- und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Video Katharinenstraße 11, 2000, Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.